So, das ist die Anreißnadel. Die ist ganz schön. Die ist nicht sehr dick. 6,6 Millimeter, also relativ dünn hier in der Hand. Superspitz, super scharf angespitzt hier vorne. Genau, hier vorne ist halt eine Hartmetallspitze eingelötet. Die braucht man im Prinzip nie nachschärfen, es sei denn man ritzt eigentlich auf Diamant oder was weiß ich. Ansonsten so Hartmetalldinger, die bleiben so scharf. Man kann das natürlich leicht nachschleifen hier. Was schade ist bei solchen Dingern, dass man die Spitze halt nicht einfahren kann. Wenn ihr die in die Hosentasche steckt, die kannst du auf den Tisch legen oder du hast halt irgendeine Kappe hierfür. Das ist immer ein bisschen nervig. Es gibt auch so Anreißnadeln, die wie ein Kugelschreiber sind, wo du hinrauf drückst. Ja, also wie ein Kugelschreiber, wo die Spitze hinrauf kommt. Das ist hier halt nicht der Fall, muss man bedenken. Ansonsten hier noch so ein Hosentaschenclip. Aber wie gesagt, an einer Hosentasche kann ich sie nicht empfehlen. Funktionieren tut das Ganze natürlich auch. Also da kannst du überall schön mit anreißen. Also auch auf dem Teil funktioniert das. Alles gut. Kann man nehmen. Wie gesagt, bedenkt nicht in die Hosentasche. Das ist hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017